Die Stadt Niederau liegt am nordöstlichen Rand des Rhein-Main-Gebiets im Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Niederau ist die fünftgrößte Stadt des Main-Kinzig-Kreises. Geografie Die Stadt liegt in der südlichen Wetterau und grenzt an die südwestlichen Ausläufer des Vogelsbergs, gehört aber verwaltungstechnisch noch zum Main-Kinzig-Kreis. Der Fluss Nieder gab der Stadt ihren Namen. Niederau war im Jahr 2007 mit 1883 Sonnenstunden der sonnenreichste Ort in Hessen. Niederau grenzt im Westen an die Stadt Kaben, im Nordwesten an die Stadt Niedertal, im Norden an die Gemeinde Altenstadt, im Osten an die Gemeinden Limeshain und Hammersbach, im Süden an die Stadt Bruchköbel sowie im Südwesten an die Gemeinde Schöneck. Stadtgliederung Heldenbergen, Windhecken, Erbstadt, Eichen, Ostheim Geschichte Die Stadt Niederau entstand durch den freiwilligen Zusammenschluss der Stadt Windhecken und der Gemeinde Heldenbergen im Zuge der Gebietsreform des Landes Hessen am 1. Januar 1970. Aus diesem Grund setzt sich das Niederauer Stadtwappen bis heute nur aus dem Windecker und Heldenberger Wappen zusammen. Am 31. Dezember 1971 schlossen sich die nördlicher gelegenen Orte Eichen und Erbstadt an. Zuletzt folgte Osthelm am 1. Juli 1974, Einwohnerpolitik, die Kommunalwahl am 27. März 2011 lieferte folgendes Ergebnis. Der seit Mai 1997 amtierende Bürgermeister Gerhard Schultheiß wurde am 30. November 2008 im ersten Wahlgang mit 70,5% der Stimmen für eine dritte Amtsperiode wiedergewählt. Inzwischen hat er seine vierte Amtszeit angetreten, so bekam er bei der Bürgermeisterwahl vom 30. November 2014 mit 60,4% der Stimmen eine deutliche Mehrheit. Am 4. Mai 1971 wurde der Gemeinde Niederau im damaligen Landkreis Hanau ein Wappen mit folgender Blasonierung verliehen. Im gespaltenen Schild vorn drei goldene Sparren in Rot, hinten in Gold ein einköpfiger schwarzer Reichssadler am Spalt. Niederau unterhält seit dem 1. September 1991 eine Partnerschaft mit dem thüringischen Gären. Das ungarische Kurd ist seit dem 11. März 2001 ein sogenannter Kooperation von Niederau-Verkehr. In Niederau kreuzen sich die Bundesstraße 45 und die Bundesstraße 521. Eine westliche Ortsumgehung für den Kernort Heldenbergen-Winteken wurde von 2009 bis 2015 gebaut, welche die Stadt vom Durchgangsverkehr vor allem in nord-südlicher Richtung entlastet. Die Gesamteröffnung der rund 8,3 Kilometer langen Strecke erfolgte Ende Juni 2015. Die wichtigste Buslinie ist die Linie 562, die Niederau und seine Stadtteile mit Hanau verbindet. Zu massiven Protesten kam es nach dem Fahrplanwechsel 2009, durch den sich die Fahrzeit massiv verlängert hat, da das südlich gelegene Bruchköbel nicht mehr umfahren, sondern durchquert wird. Zudem gibt es auch die Stadtbuslinie MKK 45, die den Stadtteil Heldenbergen besser erschließt. Im Stadtgebiet von Niederau verlaufen zwei Bahnstrecken, die sich hier kurz vereinigen und gleich wieder trennen. Mit dem Bahnhof Niederau gibt es einen Bahnhof an der Bahnstrecke Friedberg-Hanau und an der Niddertalbahn von Bad Wilbel bis Glauburg-Stockheim. Es bestehen Verbindungen nach Frankfurt am Main, Hanau, Friedberg und Stockheim am Vogelsberg. Daneben gibt es noch die drei Haltepunkte Niederau-Winntecken und Niederau-Eichen an der Niddertalbahn sowie Ostheim an der Bahnstrecke. Friedberg-Hanau Neue Stadtmitte Seit dem Zusammenschluss der Kernorte Windhecken und Heldenbergen klafft eine nur dünn besiedelte Fläche zwischen den Ortsteilen, sodass schon bald der Wunsch nach einer eigenen Stadtmitte aufkam. Nach langen Beratungen in den Gremien und der Öffentlichkeit entschloss man sich, eine ca. 13 Hektar große Fläche westlich der Konrad-Adenauer-Allee als neue Stadtmitte zu nutzen. Vorgesehen ist ein etwa 11.000 Quadratmeter großes Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit großem Parkplatz unter dem Namen Nidderforum. Markanter Blickpunkt der zentralen gewerblichen Fläche wird ein erhöhtes Restaurant mit Fernblick bis Frankfurt sein. Die umgebenden weiteren Flächen werden für Eigenheim- und Mietwohnungsbau mit ökologischen Standards freigegeben. Baubeginn des Zentrums war im Mai 2015. Die Eröffnung des Nidderforums soll am 2. Juni 2016 erfolgen. Sehenswürdigkeiten und Tourismus Schloss Naumburg Ehemaliges Zyriakuskloster Naumburg auf einer Anhöhe beim Erbstädter Ortsteil Reste der Burg Windhecken Rathaus von 1520 und Jüdischer Friedhof in Windhecken Oberburg in Heldenbergen Nicht mehr sichtbar ist die Nassburg, eine abgegangene Burg in Heldenbergen. Durch die Ortsteile Windhecken und Eichen führt der Radwanderweg Bahnradweg Hessen. Er führt auf ehemaligen Bahntrassen ca. 250 km durch den Vogelsberg und die Rhön. Bekannte Persönlichkeiten Wilhelm Mahdamm, Politiker und General Dietmar Köppel, Schauspieler U.A., Sänger, Regisseur Er war unter anderem am Schauspiel Frankfurt und Volkstheater Frankfurt engagiert. Heinrich Kurz Erfinder des sogenannten Süßen Heinrich eines Zuckerstreuers Er meldete auch ein Patent zur Geradestellung des schiefen Turms von Pisa an Rudolf Lindbecker Katharine Mehrling, Sängerin, Musicaldarstellerin, Schauspielerin Bernd Reuter, Politiker und ehemaliger Bundestagsabgeordneter Simone Reuthal, Radio- und Fernsehmoderatorin Ernst Schneider, Unternehmer und Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Karl Seifried, Gründer von Ammeroper Reisen und Stifter Lasser Oppenheim, deutscher Jurist Schulen in Niederau In der Stadt Niederau gibt es vier Grundschulen Die Grundschule Osthelm, die Albert-Schweizer-Schule Niederau im Ortsteil Heldenbergen Die Kurt-Schumacher-Schule in Windecken und die Polmar-Schule in Eichen Darüber hinaus gibt es mit der Johann-Hinrich-Wichern-Schule im Stadtteil Ostheim eine Schule für Lernhilfe- und Sprachheilschule und in Heldenbergen Die Bertha von Suttner Schule Eine integrierte Gesamtschule für die Klassen 5 bis 10 Siehe auch, Amt Windecken, Niddertalbahn